Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void. Multiplayer, heute gegen einen Barcode-Zirk, naja. Und ich bin schon wieder Terranes. Naja, machst du nix, ne? Das ist eine neue Aufnahmesession. Startet ja wieder Premium-mäßig hier. So. Aber es erheitert euch ja immer, wenn ich Terraner bin, deshalb. Freut es mich, euch erheitern zu können. So, und vielleicht können wir ja wenigstens dadurch abhaken, Terraner zu sein, dass das das Warm-Up-Match ist und ich mich ja sowieso gar nicht so anstrengen muss. Sowieso eine etwas außergewöhnliche Zeit, in der ich das hier gerade spiele. Samstags morgens. Aber ich würde ganz gerne heute eine Folge bringen. Davon, und dazu brauche ich einen. Wahrscheinlich kommt er jetzt nochmal zurück, um mich zu nerven. Macht er nicht mal. Macht er nicht mal. So, ich bin, wie gesagt, noch nicht aufgewährend. Warum haltet ihr alle hier Händchen? Das ist nicht so geplant. Und ich muss nochmal ein bisschen niesen. So. Schön, aber jetzt funktioniert mein Mute-Knopf inzwischen ja wieder. Weil Zyrok den Fix gefunden hatte. Ja, machen wir es mal so, weil ich hier gerade mit meinem BWFs noch ein bisschen Probleme hatte. Gönnen uns aber natürlich gleich hier das Orbital. Komm. Dankeschön. So, jetzt hier. Machen wir die Wall-Licht. Und ich gönne mir, glaube ich, auch ein zweites Gas jetzt schon. Ich weiß gar nicht, wenn man das zweite Gas nimmt, um ehrlich zu sein. Ja, ja, Terraner spielen. Ist nicht so meins. Aber das ist bestimmt eine große Neuerung für euch. So. Alter, wieder da durch. Kommt durch den nicht Hemdzone-Generator, sondern Beschleunigungs-Zonen-Generator. Längeres Wort konnten sie sich nicht finden. So. Factory. Keine dritte? Warum nicht? Man verliert mich jetzt ein bisschen. Hm. Warum ist da keine dritte? Das ist etwas sehr irritierend. Toll. Ich kann uns auch hier mal... Ah, da ist sie aber. Gönnen wir uns noch mal zwei Marines. Jetzt müsste er nicht gleich spieglich sein. So. Ich habe mich daneben gesetzt. Komm. So. Zwei ersten Aliens. Da ist er. So. Oh Gott, ich bin irgendwie noch gar nicht warm. Die sind alle noch gar nicht auf Hotkeys. So. Und Pus. Und schön Einheiten pumpen. Zwei Aliens gönnen wir uns noch und dann switchen wir mit dem Starport. Ja, die Pus sollten eigentlich jetzt fertig werden. Und ich hätte auch gerne Armory, um ehrlich zu sein. Was ist hier eigentlich schon wieder los, dass das so verpackt ist? Fällt mir nicht. So. Marins pumpen wir weiter. Komm, gib mir jetzt zwei davon. Er hat aber echt viel Creep Spread hier. Das gefällt mir schon nicht. So, wir brauchen eine dritte. Das gefällt mir. Wie, was ist das? Durchgeladen und entsichert. BVF einsatzbereit. Es kann losgehen. Okay. warum musst du hier stehen geblieben nein nicht einladen war natürlich jetzt ein bisschen viel schaden den ich da genommen habe ist klar wo ist denn jetzt zweite ebay ich hab doch ein zweites ebay gebaut oder nicht offensichtlich fehlt mir das er weiß doch nicht nur bescheid nicht genug nicht genug nicht genug nicht genug nicht genug erweiterung fertiggestellt nicht genug nicht genug nicht genug aufgedeckt und los, los, los ganz kaum noch wasser er hat relativ viele Wehlinge da sooo er hat relativ viele Wehlinge da sooo ok nein du nicht ja komm lad wieder alle aus ja der ist zu gut für mich definitiv aber warum muss ich denn auch immer Terran bekommen ja das ist doch kacke alter wie viel Creeps Thread der auch einfach hat und ich hab nicht mal einen Scan zieht's doch ich will nicht immer Terran sein sagte der kleine Tiger keine Ahnung was jetzt hier los ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen ich hoffe ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei wenn ich hoffentlich nicht Terraner bekommen werde hier oben rechts und durch die Folge klicken unten ist alles gut von mir und auf jeden Fall einen schönen Tag macht's gut tschüss